Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder, Jesse. Nächste Skillung für den Zauberer ist der Explode Build. Der war mal sehr, sehr beliebt und kommt hier mit dem neuesten Patch und dem Buff für das Talrasha-Set. Hier hat sich ja jeder Stack nochmal von 750 auf 2000% erhöht, kommt hier natürlich zurück. Der eindeutige Vorteil der Skillung ist einerseits, man kann damit natürlich super, super, super schnell farmen, weil wir Bordnuss von einem zum anderen Elite-Bag, die Explosionen, die dauerhaft durchtriggern, zerstören dann das Elite-Bags, wir sammeln die Atem des Todes ein und das geht direkt weiter. Das ist die perfekte Atem des Todes Farmskillung, denn wir haben noch die Möglichkeit, das Set der Weißen dazuzunehmen. Hierbei handelt es sich einfach um ein Set, wo ihr praktisch einen weiteren Atem des Todes bekommt, wenn ihr ein Elite-Bag tötet. Bedeutet also hier haben wir dann auf den höchsten Qualstufen sehr häufig, dass wir einfach für jedes Elite-Bag vier Atem des Todes kriegen. Ihr seht eh, die stirben in wenigen Sekunden, das heißt also hier haben wir dann schon mal enorme Atem des Todes Werte pro Stunde, also 1000 bis zu 1500 Atem, abhängig davon natürlich, wie gute Wirfts zu sind, die ihr bekommt, wie viele Elite-Bag und wie gut euer Gear ist, aber da geht auf jeden Fall mal deutlich nach oben. Also für alle, die hier einen konstanten Mangel von Atem des Todes haben, weil sie sehr viel umrollen oder craften, ist das einfach die ideale Skillung. Ganz einfach auch zu spielen, macht richtig, richtig viel Spaß, weil einfach der ganze Bildschirm explodiert und ihr müsst einfach wirklich nur von einem Elite-Bag zum nächsten. Vielleicht noch als kleiner Tipp, worauf ihr achten solltet, es kann natürlich mal sein, dass die Explosionen nicht ganz so hart triggern, dafür sorgt der Ingeum, also besonders beim Rift-Guardian. Ist immer ganz gut, wenn ihr im Vorfeld noch einen Elite-Bag tötet oder einfach den Rift-Guardian in das nächste Elite-Bag reinzieht, weil dann geht es einfach einen Ticken schneller. Freunde, und nach dem Gemetzel schauen wir mal wie gewohnt auf die Items und auf die Skillung, welche wir so verwenden. Fangen wir mal ganz an, was ist denn neu? Also einerseits, wir haben hier das Talrasha-Set, das gebuffte Talrasha-Set, bedeutet also hier, macht jede Aufladung nicht mehr, so wie früher, 750% mehr Schaden, sondern 2000. Und natürlich haben wir hier vier Aufladungen, bedeutet also 8000% mehr Schaden. Und wir haben dazu noch die Option, das Ganze in der Explo-Bild-Variante mit dem Set zu spielen, Gang des Weißen, beziehungsweise Reise des Weißen, wo wir dann hier weitere Atem des Todes generieren, sobald einer der Gegner stirbt. Eine ganz wichtige Sache, besonders, wenn ihr vielleicht in der Season spielt, wenn ihr euch in der Season 16 befindet, könnt ihr noch den Ring des königlichen Prunks austauschen und dafür dann eine Zusammenkunft der Elemente mitnehmen. Das bedeutet also, wir hätten hier dann die Option, wenn wir die zwei Ringe tauschen, einfach noch mehr Schaden zu machen. Denn, wie wir wissen, ist ja in Season 16 der Ring automatisch aktiv, der Pony vom Ring selbst. Ansonsten braucht ihr Inkanais, Würfel oder Angelegt, je nachdem. Wahrscheinlich wird Angelegt sogar noch besser sein. Von den Affixen her einen Zauberstab von Wu, dann die Armschützer von Wazeka und hier natürlich noch den Karins Heiligenschein für mehr Zähigkeit. Also die Armschienen, die könnte gegebenenfalls auch vielleicht gegen irgendetwas anderes austauschen, gegen ein weiteres Item. Hier haben wir es nur drin für mehr Speed. Also unser Ziel ist es, Qual 13 einfach durchrennen, Elite töten, von Elite zu Elite, durch Teleporten und Abfahrt. Deswegen hier auch mit Ingi umgespielt. Denn dann haben wir natürlich keinen Cooldown auf Teleport, sowie auch auf die Explosion mit der Kettenreaktion. Und deswegen geht das Ganze hier vom Schaden auch relativ heftig. Wir haben hier dann noch einen Verderben der Gefangenen drinnen, wir haben hier noch einen Verderben der Mächtigen drinnen und einen Gogok der Schnelligkeit für etwas extra CDR. Denn es bietet sich natürlich an, hier CDR mitzunehmen, wo es denn soweit möglich ist, weil es sich einfach wesentlich besser spielen lässt mit genügend Cooldown Reduction. Wenn wir jetzt dann nochmal auf die Talente rüber switchen, was haben wir hier? Wir brauchen natürlich vier unterschiedliche Elemente, um Talrasha zu aktivieren. Bedeutet also, ihr seht schon, wir schießen hier. Erste machen hier nochmal die Forstnova, haben wir schon zwei Stacks. Bedeutet also zweimal 2000% mehr Schaden. Teleport noch für den Arcan Stink. Dann haben wir hier schon drei. Und dann haben wir hier noch die Explosion für vier. Und wenn ihr dann kämpft und praktisch nur immer die Explosion teleport abwechselnd nimmt, dann sollten die Stacks auch nicht mehr ablaufen. Alternativ könnt ihr immer wieder mal die Forstnova dazu nehmen. Also Stromschlag mit Blitzstoß für unsere Blitzaufladungen, Forstnova gefahrener Nebel. Auch hier könnte man vielleicht was anderes nehmen, aber ich muss sagen, ich fand das ganz gut. Wenn irgendwo mittendrin steht, die Gegner vielleicht auch kurzzeitig mal festzufrieden. Teleportation mit Katastrophe, Explosion mit Kettenreaktion, das ist das, was auch hier den gesamten Druck fährt. Sturmrüstung mit Kraft des Sturmes, Diamantenhaut mit Prisma. Ganz wichtig, reduziert die Arcan Kosten aller Fertigkeiten um 9. Während die Diamantenhaut aktiv ist, deswegen schauen wir auch immer, wenn wir spielen, die Diamantenhaut aktiv zu halten, damit wir eben nicht zu viele Ressourcen verbrennen. Wir haben noch Verwegenheit. Gegner mit 30% mehr Schaden im Umkreis von 15 Meter, dadurch, dass wir im Gegner drin stehen. Bringt uns das natürlich relativ viel. Instabile Anomalie als sogenanntes Snap-Talent. Wenn es mal knapp wird, sterben nicht wir, sondern löst das Talent aus. Reduziert alle Abfängszeiten um 20% durch Hervorrufung, nehmen wir natürlich noch mit. Und dann astrale Präsenz. Das brauchen wir für die 2,5 Arcan Kraft Regeneration, die zusätzlich dazu kommt. Man muss natürlich dazu sagen, das weitere, was natürlich noch relativ praktisch ist. Wir haben auch hier 4 Arcan Kraft pro kritischen Treffer auf die Offhand gerollt, damit wir halt hier einfach wieder ein bisschen Arcan Kraft zurückkriegen. Die Armschienen natürlich mit Feuerschaden. Die Explosion macht Feuerschaden. Also deswegen auf Armschienen hier Feuerschaden mitgenommen. Und dann könnte man, glaube ich, auf Kopf, beziehungsweise auch auf die Beine, da haben wir jetzt noch den Dornenschaden, weil wir es von Kreuzrittern geklaut haben. Die haben deswegen auch Stärke. Da müsst ihr gucken, überall, wo die Explosionsschaden raufrollen könnt, machen wir das auch. Also jetzt haben wir es hier derweil nirgendwo gerollt. Wir müssten es wahrscheinlich auf den Kopf rollen können. Da haben wir aber schon was umgerollt und da auch. Also da muss man natürlich dazu sagen, es wäre jetzt vielleicht effektiv sogar besser, den Kopf auszutauschen gegen den normalen Talraschers Kopf, wenn ihr dafür den Explosionsschaden mitnehmen könnt. Also wenn das möglich ist, dann bietet sich das hier auf jeden Fall an. Das werden wir uns jetzt aber gleich mal anschauen, ob das geht. Das ist auch ganz wichtig, damit ihr wisst, wie ihr das überhaupt herausfinden könnt. Und zwar, wenn ihr das Item zu Myriam trägt und das praktisch hier reinlegt, dann habt ihr hier auf der Seite das Fragezeichen. Und dann seht ihr so, was denn prinzipiell möglich ist. Da haben wir Meteor, Druckwelle, Energiewirbel, Desintegration, Akarnflutter, Karnekulen, Froststrahl. Das bedeutet also, auf den Kopf ist es gar nicht erst möglich, die Kettenreaktion, also die Explosion selbst zu rollen. Schauen wir mal weiter, ob es hier vielleicht möglich wäre. Blizzard, Explosion, Vertrauter Schwarzer. Das bedeutet hier, auf die Brustplatte können wir es rollen. Machen wir jetzt natürlich nicht, weil die 7% der Techspit doch machen wir endlich doch. Die 7% aufzuwiegen lohnt sich auf jeden Fall, wenn wir hier praktisch mehr Prozent kriegen. Also normal würdet ihr was anderes runterrollen, aber wir haben eben nur mehr diesen Stat zur Auswahl, wenn wir das eben schon mal gemacht hatten. Und deswegen holen wir uns jetzt hier, sofern es mal kommt, holen wir uns jetzt hier natürlich den Explosionsschaden um 12. Das heißt also, wenn ihr da reinguckt, seht ihr schon Schaden für Explosionen 12% mehr. Also, das geht natürlich auf diverse Items, dann könnt ihr euch hier ein bisschen durchklicken, einfach hier schauen, ob es da in der Auswahl der möglichen Werte dabei ist, ja oder nein. Und dann einfach dazu nehmen, um hier den Schaden einfach noch weiter nach oben zu drehen. Ja Freunde, das war es jetzt mal soweit von dem Explo, wie gesagt, Atem des Todes farmen. Set kann angezogen werden. Damage-technisch sind wir richtig, richtig gut dabei. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, solltet ihr damit auf jeden Fall gehen. Wenn es ein bisschen knackig wird wegen der Zähigkeit, einfach vielleicht noch einen esoterischen Wandel mitnehmen. Und dann weiteren haben wir hier links und rechts noch zwei weitere, einmal den Blitzmage und einmal den Meteor-Mage. Wenn es dann darum geht, nicht mehr Atem des Todes zu farmen, sondern in die Greater Rifts habt ihr hier noch zwei sehr gute Alternativ-Skillungen. Beide basierend auf dem Talrascher-Set. Jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.